Oh Gott! Ich komme zu Hilfe! Ah, ist schon alles tot. So gut wie. Kill confirmed, Sir! Great job! Du und deine Drohnen immer. Ja! Oh, was ist uns noch hinterher? Kann sein. Ich weiß nicht ganz wo. Ach, da bist du! Dann läufts. Da rollts. Rollt immer noch. Why are you yelling? I'm not yelling. I'm expressing myself. I hate things I do not understand. I hate things I do not understand. Oh my Jesus. Oh! 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 Ja, das ist was sie sagt. Ja, ich bin ziemlich gut. Der Hammer der Heretics! Subtle historical reverence! Benutzt du Schrot oder was benutzt du? Kleines. Das da ist auf jeden Fall Schrot mit Explore. Aber das wird... Ich brauche ja irgendwann zwei Handfeierwaffen. Aber momentan droppen können. Ja. Achso, ich brauche Luft. Du bist ja auch ein böses Mädchen. So, jetzt habe ich Luft. Ach, im Auto gibt es Luft? Ja, unendlich viel. So, jetzt machen wir erst mal das da. Äh, dann müssen wir dann da hinten wieder hin. Super. Das heißt, wir müssen da lang, da rüber, da hoch und da runter. Alles klar. Okay. Ich vertraue dir einfach mal, du machst das schon. Boost! Weeha! Oh oh. Bring it on! Bring it on! Stirb's! Das hätte funktionieren müssen, Mann. Da boostet alles. Wenn wir ja durchsuchen mit Let's Plays über Pleite. Sehr schön. Wunder, ich finde es super. Ich mache mal kurz die Schränke wieder auf. Wir können auch gar nicht richtig traveln hier. Das ist voll doof, Mann. Sind wir jetzt eigentlich da, wo wir hin müssen? Ne, oder? Nein, natürlich nicht. Wir sind genau auf der anderen Seite wieder. Aber wir müssen wenigstens nicht mehr springen. Okay. Meinst du, das schaffen wir jetzt? Meinst du, du kommst da jetzt an? Das, äh... Ja. Gut. Das wüsste ich auch gerne. Das kann der Claptrap am besten erklären. Dein Kopf ist zu dick. Nein, nicht da allein, nicht da allein, nicht da allein. Dein Kopf ist zu dick. Meinst du, wir schaffen es darüber wenigstens hier? Ich habe keine Ahnung. Ja, das klappt. Du bist zwar gar nicht da lang, aber... Es sah schön aus. Verdammt, willst du uns töten? Das ist meine Aufgabe. Fucka toodledoo. Weee. Mir fällt gerade ein, wie kommen wir da rüber? Ich habe keine Ahnung. Oh, Gegner, 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 Gegner. Ja, ich habe ihn gerade angeschossen. Wieso denn? Der ist hier oben drauf. Ja, ganze zwei XP, super. Ja, in den Fahrzeugen geben die irgendwie nicht viel XP. Oh, da haben wir es mal durch, oder? Ne, warte mal. Wir müssen, glaube ich, ganz... Alter Schwede. Wir müssen aber eigentlich da hinten hin. Wie kommen wir denn da hinten? Ähm... Ja, hier rum zum Beispiel. Alter Schwede, ey. Das sieht gut aus. Rechts. Links. Ganz aus. Ich bin rechts gefahren. Ich bin rechts gefahren. Ich bin rechts gefahren. Ich bin rechts gefahren. Du bist zu viel rechts gefahren. Zu viel. Es gibt nicht so viel. Das ist wie auf der A8. Da ist auch immer so viel losgefahren. Auch alle so. Oh Mann, ey. Ich sollte nie in der Schweiz Auto fahren. Ich? Nee. Ich fahre mit einer Motor. In der Schweiz? Überall. Wollte grad sagen, weil da fährst du nicht schneller als 120. Die hat noch eine eingeschränkte Geschwindigkeitspolitik. Immer 120. Also maximal. Auf der Autobahn. Richtig. Klar. Da fahre ich immer. Hier. Hundertprozentig fahre ich die. Get to security room. Nova, no problem. Das ist da drüben irgendwo, ne? Kann man rüberspringen? Kann man das? Das heißt, wenn ich rübersprungen bin. Das ist hier genug Platz. Glückwunsch. Ja, toll. Springt halt mich noch ran und ich schaff fast die Kante nicht. Aber nur fast. Du bist da vorher stehen geblieben. Da bin ich erstmal an deinem Arsch hängen geblieben. Ja, toll. Du bist mit deinem Bart an mir hängen geblieben. Du bist an deinem Bart hängen geblieben. Ich will wieder ein Auto. Das ist so langweilig, das Laufen. Aber hier waren wir noch gar nicht, ne? Hier drüben. Ne, klappt noch nicht. Aber guck mal, da kommt wieder das Viechzeug raus. Aber die expedieren immer so schön. Aber da gibt's wenigstens Luft. Kommt da noch mehr raus? Weiß nicht, fragt deine Mama. Oh, da ist ein großer. Ach, der ist schon gut. Lohnt's hier gar nicht drauf zu hauen. Geht ja schon alles so. Oh, da ist noch mehr. Ja. So, ich laufe weiter. Ich mach das schon. Die Gena ist geil, die gefällt mir richtig gut. Ah, die Shotgun hast du jetzt gerade drin gehabt? Ne. Ne, ne, die vier schon länger. Die mit zwei Schuss pro Schuss. Ach so, die. Die Assault Rifle oder irgendein so'n Größe. Ah ja, gut. Die ist richtig geil. No refunds. No refunds. Hier haben wir definitiv noch nichts. Sehr schön im Übrigen, das mit dem Planeten da oben. Und hier gibt's ein Auto, O2 und was zu verkaufen. Oder kaufen. Je nachdem, wie man möchte. Beides. Auf jeden Fall. Boing. Lass mich wissen, ob etwas in deine Augen gefällt. Ja, ja. Wenn mir etwas in die Auge fällt, dann kriegst du das auf jeden Fall zu wissen. Alles relativ scheiße. Die verkaufe ich mal. Scharfschützengewehr, das behalte ich erstmal noch. Hier waren wir schon. Es ist so geil, wie der Ton sich langsam ändert, wenn du rausgehst. Ins Gesicht geschossen. Jetzt haben wir scheiße die Waffe. Wechsel ich wieder. Bringt überhaupt nichts bei dem Charakter. Hier waren wir schon. Hier haben wir schon mal aufgeladen. Mhm. Ich habe gerade mal wieder kurz Multicill gemacht. Ja, ich geh mal rüber. Das ist okay. Ich muss warten, bis mein Dings wieder aufgeladen ist. Meine Fähigkeit. Dauert auch nicht lang. Man braucht eine schöne höhere Position. Die ist ganz gut hier. Drei. Zwei. Eins. Los geht's. Ich hätte ja auch mich einfach mal umdrehen können und den erschießen können, der gerade an meinem Arsch dran war. Ähm, ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, du magst doch wahrscheinlich, wie die Leute an den Arsch dran gehen, oder? Die nicht. Die Müffeln. Die Müffeln. Okay. Achso, ja. Es ist, ähm. Sind hier noch irgendwelche? Ja, da. So. Ah, da sind noch zwei auf der Seite. Ah, meine Güte. Aua. Alter Schwille. Das Ding hat gehämmert. Nein, 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 nein. Ha. Das war schon wieder. Ja, ich nehme, glaube ich, öfter mal einen Bart. Verdammt, meine Eingeweide. Sehr schöner Abschiedssatz. Aber ich, aber ich glaube, ich glaube, es gibt auch ein Badass-Rank irgendwann, wenn ich öfter in die Lava falle. Ich bilde es mir einfach mal ein. Ja, du kannst ja versuchen, ihn zu kriegen. Ja. Da brauche ich mir nicht mal Mühe geben, momentan. Da ist irgendwo einer ganz oben. Also das Auto-Aiming ist schon sehr geil. Wo seid ihr denn da vorne, Mensch Jungs? Das muss ich machen hier. Irgendwas hier. Irgendwas hier. Irgendwas brummt hier. Hier vorne ist auch noch einer bei mir. Ach da. Ja. So. Ähm. Was ist denn eigentlich überhaupt die Aufgabe? Gap to Security Room. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir rennen eigentlich nur durch die Gegend und ballern alles ab. Und durch die Zufall? Ach, es ist unten drunter wahrscheinlich. Ach so. Moment. Mal gucken, wo der Eingang ist. Oder nicht. Oder doch. Also hier ist er nicht. Also da müsste, wenn dann direkt O drauf sein. Ist aber nicht. Ich gucke mir nochmal kurz die Quest an. Manchmal muss man lesen, um zu verstehen, was man machen möchte. Geh zur Security Room. Okay. Ah. Just take the shield to the coordinates she marked and equip it. Also sie weiß schon, ne? Das Schild, Schild. Wahrscheinlich ist das hier oben. Und dann muss man wahrscheinlich das Schild nochmal anlegen. Denk ich mal. Ach so. Ne. Das ist ja. Habe ich das überhaupt noch? Ich hab's. Schon okay. Du musst hier glaube ich direkt drauf. Irgendwie. Bin ja drauf. Habs auch gerade nochmal ab und wieder angelegt. Aber irgendwie. Vielleicht von außen irgendwas? Was? Ach. Äh. Häm? 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 Ich hab' uns auch nichts. Geh nochmal kurz wieder Sauerstoff holen. Mach das. Ich erstick auch gerade vor mich hin. Aber ich guck mal wo ich sie rum. Habe ich das Schild angelegt? Ne. Ne, du es mal an und guck mal. Ich hab's nämlich leider nicht mehr. Nase mehr. Nasige Nasenbeer ist Nasenbeer. Ich hab's verkauft. Das ist vor allem verkackt. Hier vielleicht? Ja, hier. Ich komme. Toll. Da war ich doch. Da war ich. Bin ich dran vorbeigelaufen. Hier ist ein Hebel. Ernsthaft. Da ist ein Hebel. Du musst nur den Schild und den Knopf fangen. Wow. Von Lieden her, da war noch gerade eben gar keiner. Von den Cheater hier. Ja, dein Schild soll ausgelöst werden. Ja, alle gleich mal. Gleichzeitig und so. Nur wie? Boah, jetzt reicht's. In der Nähe der Verteilerkästen. Ähm. Ups. Kein Verteilerkasten. Ich fühle mich wie ein Dumbass. Ich fühle mich wie ein Dumbass. Schön. Ich wollte eigentlich gucken, dass ich das irgendwie dasselbe. Wo ist denn da eigentlich der Verteilerkasten? Wo ist denn so einer? Ähm. Map. Ja, hier. Eigentlich. Aber sie sagt ja irgendwas von wegen alle gleichzeitig. Irgendwas. Ja, du bist irgendwie in der Nähe von einem Verteilerkasten. Achso, stehen die vielleicht oben drauf, die Dinger. Warte mal, komm mal hoch. Ach, das sind die zwei Dinger, ne? Die zwei Türme auf denen da rumgehüpft sind. Äh. Hochhüpfen und so. Stell dich mal da ran. Zur Granate ran. Das muss man dir auslösen. Achso. Aber beide gleichzeitig. Ich glaube, das müssen wir drin. Ah, shock cameras and safe. Hm. Hm. Warte mal, äh. Das ist kompliziert. Ich lese nochmal nach. Disable all Powerboxes. Job, die Kamera und die Laserbarriere. Alle gleichzeitig. Jetzt geh nochmal rein. Mein Problem ist, ich hab das Schild nicht mehr. Da ist ne Kamera schonmal. Ja, die kann man anschießen. Da ist auch ne Kamera. Da ist auch ne Kamera. Das sind drei. Vier. Wo ist die fünfte? Also vier Stück haben wir schonmal. Wo ist die fünfte? Eins, zwei, drei, vier. Wo ist die fünfte? Ja, das ist wahrscheinlich noch der Safe mit dazu. Das ist wahrscheinlich darum die fünf. Kamera und Safe solls ja machen. Das sind wahrscheinlich die vier Kameras und den Safe. Ah, die Frage ist. Eins. Ah ja, okay. Also muss man wirklich gleichzeitig oder so schnell wie möglich machen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich Granaten. Ich hab momentan keine, deswegen kaufe ich nochmal welche. Ich habe Granaten, aber... So. Ähm... Die hier muss kaputt... Du kannst ja auf eine schießen. Ich kann auf eine schießen. Und wir müssen Granaten noch werfen. Granaten brauchen ne gewisse Zeit, bis wir explodieren. Ich teste mal gerade was bei dir. Okay, das war scheiße. Teste nochmal. Das war doof, du warst im Weg. Nee, okay. Klappt nicht. Hm, da muss man dich runter schießen. Hm, das zählt aber auch nicht. Krass, warte mal kurz. Damit? Ne, auch damit zählt's nicht. Das Schock-Nova-Schild, das ich dir gegeben habe, soll all die Sicherheits-Devices, wenn es triggert wird. Achso. So. Ah, schieß mich mal an, komm. Schieß. Schieß mich. Schieß mich. Aber wir fern Granaten vor die Füße, komm. Ja, ich kann. Genau. Glaub, das geht nur bei deinem eigenen, oder? Oder wenn wir die so Demosen annehmen. Ja, ja, ja. Deswegen meine ich sie auch von wegen, schmeiß die Granaten vor die Füße oder so. Ja, hat hervorragend funktioniert. Nicht. Habe ich den richtigen Schild überhaupt an? Ja, ich sollte vielleicht den richtigen Schild anziehen. Äh, äh, äh. Na gut. Ja, gut. Schieß. Einmal mit Profis. Und? Du dir mal hier mal, hier mal gesundheitlich, damit du das aushältst. Sekunde. Na, Gesundheit. Du warst zu weit weg. Wie? Ich war zu weit weg. Na, du musst dich mehr, mehr zentral hier hinstellen. Äh, äh. Nein! Du erwischst damit nicht alle Kameras. Hätt mich mal wieder auf. Ach Mensch! Mike! So, geh weg. Willkommen. Und der stellt... Oder mach das mal hier so irgendwo. Der klingt aber auch sehr interessant, ja. Was hier? Ja, da so ungefähr. Jetzt hat es keiner durch. Ja, weil es auch nicht explodiert ist. Hier geht's. Oh, je. Oh, je. Ah, richtig. Wahrscheinlich hätte ich mein Passwort in die Safe. Schade. Schade mich. Anyway, komm zurück. Okay. Okay. Ich hab dir ne Dreckswaffe, by the way. Ach, genau. Kann man mal nachgucken. Ähm. Ne. Okay. Oh Gott. Pause. Mal erst noch abgeben. Oh, den ganzen Weg wieder zurück. Willst du mich verarschen? Es gibt keine Quick-Travel-Option. Ja, ich würd sagen, lass uns doch einfach kurz Pause machen und wieder anfangen, wenn wir dann da sind. Ich würd auch sagen. Na dann. Definitiv. Bis zum nächsten Mal. ... **** **** Untertitelung des ZDF, 2020